So, weiter geht's. Dann werden wir uns hier mal durchkämpfen. Fighten. Boxen. Schlagen. Kratzen. Weiß ich nicht. Beißen. Warten wir schon. Egal. Uiuiuiuiui. Aber es sieht hier auch schon wieder so nach... Toll, da ist hell. Die Sackgasse. Bloß ein Zombie höre ich hier irgendwo. Ja super, das ist... Das ist nix. Nix. Die Wasserquelle können wir jetzt mal zumachen. Hallo. Na Digga, was los? Hm. Kann ja nicht so schwer sein, Mensch. Wir haben hier das letzte Mal so viele Diamanten gefunden. Und ganz herzlich erzählen, dass hier jetzt nix mehr ist. Scheiße. Ich sehe gerade, uns geht das Essen aus. Das ist gar nicht gut. Wir haben nix mehr zu futtern. Er will jetzt hier nicht dieses verrottete Fleisch essen. Äh. 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 Wie es schon aussieht. Okay. Das heißt, jetzt Spartrip. Äh. 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 Gold. 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 Immerhin. Immerhin mal ein bisschen Gold. Gold. So. So. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Ja, was ist da los? Mann, Mann, Mann. Verwirrung pur. Mann, den Goldblock können wir auch mal weghauen hier. So, das können wir auch mal wegmachen hier. So, nehmen wir auch nochmal ein bisschen Gold. Nehmen wir natürlich gleich mit. Wow, sogar ein bisschen mehr Gold. Aber immer noch keine Diamanten. Dafür höre ich Zombies. Oder einen Zombie. So. So, jetzt nochmal runter. So viel dazu. Wie kann es denn hier gewittern? Na mal. Hallo, wo ist's? Guck mal hier. Doch, der jetzt geht's hier übelst. Aua. Aua. Macht die hier nicht in Ordnung, nur? Na ja, das ist ein neues Passbild. Oder so weit vorn tunneln sie sich. Äh, das ist nicht euer Ernst, war. Äh. Äh. Ist nicht euer Ernst. Boah. Krass. Ja, diese Kack-Creeper. Ich hab das bisher immer überlebt. Okay, vielleicht hatten wir auch jetzt einfach nur keine Rüstung an. Zumindest nur ein Teil. Was ist das denn hier? In mein Haus wieder. So. Boah, ich raste aus. Ey, wir kriegen doch nix mehr hin. Nix kriegen wir hier gebacken. Nix. Also, was nehmen wir mit? Treppen. Verstürft ein Skelett. Jetzt nehmen wir uns mal die mit. Die Eisenspitz-Hacken. Ey, krass. Verlegen wir wieder unser ganzes Diamant zurück. Ohne toll. Drei Diamanten haben wir noch. 49 Kohle. Können wir uns gleich mal ein paar Fackeln draus machen. Keine Saat Zeug. Komm mal nix zu. Äh, 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 äh. Letztung haben. Den Eimer nehmen wir uns diesmal mit. Gebratenes Hühnchen haben wir noch. Und den Apfel. Gieß. Pressposten. Vierprogramm. Und Drops. Drops. Alles klar. Und... Ein Stack Erde. Sollte man immer dabei haben. Bodenschätze. So. Haben wir jetzt, äh, keine... Boah, kann's mir nicht erzählen, ne? Nehmen wir die Axt mit. Und gehen, bevor wir überhaupt irgendwas machen, nochmal eine Runde Holz hacken. Dann holen wir uns ein bisschen Holz. Wäre natürlich geil, wenn man sich jetzt hier so eine Holzrüstung holen, äh, machen könnte. Ach, Moment, wir haben ja, glaub ich, noch Hellholz. Soweit ich mich erinnere. Habe ich mir auch mal einen Wegpunkt machen können an der Stelle, wo wir gestorben sind. Ach, Quatsch. Ja, was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, warum mein Skin jetzt weg ist. Ich geh jetzt einfach mal da unten hin. Und ja, ich weiß, wir haben jetzt endlich alles dabei. Hier ist die Werkbank. Holz. Sticks. Zack. Fackeln. So. Ähm, was wollte ich machen? Aus den... Ach ja. Zack. So. Damit wir übrigens noch eine Schaufel haben. Ja, es ist dumm, jetzt hier die Diamant-Axt mit uns rumzuschleppen. Obwohl, warte mal. Warte. Warte. Machen wir das Ganze so. Zack. Facken wir die da rein. Und 64er fackeln wollen wir auch nicht. Erstmal so. Alter. Alter. Da hörst du mir an Slime. Alter. Krass. Krass. Ich weiß gar nicht mal, wo wir waren jetzt. Das ist eigentlich völliger Bullshit jetzt, Entschuldigung, danach zu suchen. Denn wir werden's eh nie wieder finden. Wir waren auf jeden Fall ziemlich weit unten. Na. Runter hier. Da ist noch ein Slime. Und dann gehen wir mal hier lang. Dann rasen wir durch. Wir waren auf jeden Fall. Nicht. Hier war glaube ich auch nichts weiter. Also, dass wir hier so viele Slimes finden. Ich weiß nicht, ob das seit dem 1.3 Update ist. Schon ganz schön dolle. Das ist auf jeden Fall nicht die Höhe, wo wir waren. Äh, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir waren so Höhe 25 oder so. Ach, diese Kack-Creeper. Wer hat die eigentlich erfunden? Zombie? War das vielleicht hier? Sind wir hier runtergegangen? Autsch. Ne, waren wir ja auch schon mal. Verdammt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nehmen wir mal hier lang. Ich meine, ich glaube, selbst wenn wir die Stelle wiederfinden sollten, was ich nicht glaube, dann hat der Creeper wahrscheinlich auch alles oder einen Großteil zerstört von dem, was wir jetzt hier bei hatten. Vermute ich. Das ist ein Sack, das ist ein Sack. Geil. Ne, das ist nicht. So. Dann gehen wir mal hier hin. Hier waren wir auch. Komm, du mir jetzt hier wirklich blöde legen. Das ist richtig sauer. Richtig sauer bin ich. Aber richtig sauer. Ich würde sagen, wir müssen uns damit abfinden, dass wieder einmal alles weg ist. Müssen wir uns wohl mit abfinden. Also wie gesagt, die letzten Aufnahmen, boah, die sind ja nun echt der Hammer. Unglaublich. Voran liegt das? Bin ich unkonzentriert oder was ist hier los? Ja. Sackgasse. Weil hier waren wir auch überall schon. Sackgasse. Mann, ne. Wir haben so viel Eisen gesammelt. Und Lapis haben wir gefunden. Und das ist egal. Aber nö. Ich traue mich mittlerweile schon gar nicht mehr, irgendwas aus Diamanten zu basteln, weil das geht schief. Ich habe mir vor, wir hätten jetzt eine Diamantrüstung gefarmt hier. Den wäre ja ganz vorbei. Alles klar. Gut. Ich gebe es auf. So. Ich würde sagen, ich beende erstmal den Partner. Sehen wir uns im nächsten Video. Also bis zur nächsten Folge. Tschö.